hallo und herzlich willkommen liebe freunde zurück bei star wars battle for es geht auch direkt weiter mit dem gefecht und mein lieber onkel der champion ist dabei ja ok immer direkt starten ihr habt nix versäumt geht direkt weiter hier hartes gemetzel auf hot da oben ist einer ja also hot hot also hot muss ich sagen kann man sich gut merken weil da wiegt schnee ja da ist es halt alles andere als hat alter wollte mich verarschen ich schieße die ganze hat auf den und die tötete nicht aber es macht nix ist alles gut jo 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 es ist alles gut jo wenn du die waffe einmal losgelassen das musste damit zappeln granate muss da rein so sehe ich das auch gegner sind noch voll zähn ich hab dich gerade gerettet nämlich hinter dir ist einer hergeschlappt du bist nämlich an einem vorbeigelaufen und ich hab den dann abgemurkst oh double kill schön hallo der onkel macht n double kill voll geil voll im bar ja ja läuft nur wieder an einem vorbei oh 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 scheiße hm kann ich zu dir nein ich kann nicht bei dir schlafen scheiße ja und das laufen ist echt gut ne dass die dann hast du auf jeden fall eine überlebungschance von zehn sekunden mehr oh jetzt habe ich jetzt habe ich gerade wieder dreimal daneben geschossen damit ich nicht es ist halt nicht so schön dauert ein bisschen länger von a nach b zu kommen aber es lohnt sich wirklich ja das stimmt hat er das ding geholt jo ok liebe freunde jetzt sind wir wieder im geschäft des geschäfts hier imperialen schlafmützen mhm oh der ätter oh scheiße ich hätte gedacht den habe ich erwischt oh ich werde beschossen ich weiß nicht woher das kotzt mich am an ich spiele aber heute auch wieder einen murks zusammen das ist ja wahnsinn ja wieder eingekillt sehr schön ah 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 der raketenturm mhm rexerak ich komme nicht rein jetzt hey umgeben bei dir gelandet mhm der rivan und der macht ah 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 So ein bisschen heftig. Alter, haben die jetzt ihre Granaten gesammelt oder was? Ja, ich hab noch gekillt. Ich bin reingerannt und hab in eine gedröhnt. Schön mit der Knüppel ins Gesicht, du. Die Waffe gepeitscht, du. Auch wenn ich den Kill nur teilweise bekommen hab. Warum peitscht du die Waffe? Weiß ich nicht. Wollte ich einfach. Das sind welche, Onkel? Au. Ich hab's gemerkt. Haha. Ich hab hier aus den Gebieten raus, renn ich ab und abzule. Ach, jetzt hat der mich von hinten abgemuckst, der Drecksack. Ich wollte eigentlich jetzt schön da, dass keiner mehr durchkommt mit meinem dicken MG 35 hier. Ach, voll schau. Boah, da ist einer hinten übelst im MG drin. Was? Der Wahnsinn, ey. Hm. Hat alles weggeknallt. Oh, weg hier. Hier, Leute. Ich schick einen Power Druiden. Der macht das schon. Der kümmert sich darum. Ich dachte, der fährt. Ah, der fährt auch. Das ist noch einer. Die ganze Familie ist hier. Scheiße. Hat mich voll erschreckt. Ich dachte jetzt, ach guck mal, töten wir den einen. Freude strahlend. Hör ich auf zu zielen und bam, gucken gleich noch zwei andere raus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hier, Leute. Kümmert euch um die Druiden. Macht es. Tötet sie alle. Ja, ich hab ihn geholt. Geil. Das war ein schöner Schuss, Leute. Da müsst ihr mir zustimmen. Er rennt. Und durch die kleine Leuchtspalt habe ich den gesniped. Das war schön. Das war inspirierend. Ach, der hat mich getötet. Mein Gott, die Wege aus... Er hat mich getötet. Die Wege aus Schlachtfeld, die sind immer so lang. I'm so lonely. Yeah, yeah, yeah. Der hat einen Harts. Sonst muss man mal gucken, ja. Das gibt's doch gar nicht. Da waren doch gerade einen. Gamergirl hat mich... Die lösen sich auf hier. Ich hab dich von so einem Weib besiegt. Ich glaub's nicht. Ich schein' dir, wo mein Herz hilft. Hallo, Rebano. Boah, ich renn ja gerade. Ach, du bist hinter mir. Ich renn dir nach. Du machst nur Kacke. Wir laufen. Ich lau... Ich laufe. Ja. Ich bin schon wieder hier. Tucker. Tucker, hier lang. Bist du schon mal lang gelaufen, vorher? Ja, glaub schon. Ach, hier lang. Ich renn mal ein bisschen. Das dauert mir zu lang sonst. Hallo. Hä? Gibt's doch Gegner? Mann, du erschreckst mich immer so, wenn du da einfach ins Leere ballerst. Weil da doch jemand war. Da war nix. Außer Mumpelstilzinn war keiner da. Wir drehen, haben wir keine Chance. Hä? Achso, da ist die Karte zu Ende. Und ich renne einfach voll die Strahlen weiter. Was? Ach, scheiße. Von da hinten hat der mich gekillt. Ach, jetzt bin ich wieder im Sumpfgebiet hier. Onkel Paradise. Oh, was ist denn hier los, ey? Oh nein, jetzt hab ich auf den Pfosten geballert, ey. Oh, so ein dreckiger Pfosten. Oh, cool, ich bin hier. Oh, ich hätte doch beide töten müssen. Ich glaube, jetzt bin ich da, wo du gerade warst. Und dem kurvischen Hangar da hin und hin. Komm, einen noch, komm, komm. Ja, 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 ja. Dö, 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 dö. Mega, man. Den hol ich mir. Da hinten sind sie. Oh, 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 was ist denn hier los? Oh, oh, das war jetzt, das war jetzt, äh, oh, wir haben schon gewonnen wieder. 6, 11, 16, 12, sehr geil. Wir rocken, wir rocken und wir gewinnen nur noch. Wahnsinn. Ja. Was sagt der kleine Onkel dazu? Übelst. Oh. Wie viel Kohle hast du eigentlich zusammen, dass du dir für 7.000 so eine Merkmalkarte kaufen kannst? Warum soll ich mir die kaufen? Ja, weil das... Weil ich gucke eh nicht auf den Radar. Nein, du verstehst das nicht. Das ist ein passender Zustand. Ja. Ich möchte aber gerade ganz kurz nicht drüber nachdenken. Loverkopf. Ja, oh, eine ganz andere Map. Ja, da nehmen wir auf jeden Fall eine ganz andere Waffe. Was? Eine ganz andere Map mit einer ganz anderen Waffe nehme ich da jetzt. Nochmal? Oder passt's? Was? Also nochmal, ich habe, wir haben jetzt eine neue Karte. Und jetzt nehme ich eine andere Waffe für diese Karte. Echt? Eine Nichts-Sniper-Waffe, eine Balla-Balla-Balla-Bum-Bum. Ich habe hier eine C, einen Schock-Blaster. Hm. Schock und Blaster ist eine gute Kombination. Was? Soll ich mir den mal holen? Komm, wir probieren es mal. Ich habe gerade ein dickes, fettes Face in mein Gesicht. Kostet das 2400, die Scheiße. Ja, das macht ja nicht. Ach ne, 2400, kannst du ja in dieser, diese Blaster-Pistole. Komm, die probieren wir jetzt mal aus. Blaster? Ach so, ich muss ja vielleicht unterhanden. Die hat aber keine große Feuerwehr aus, die sind sie auf, die sind auf, ähm, flachschön, auf kurze Distanz. Oh, tötet den! Mann, ich habe draufgeschossen, krieg zwar ein Killassistent. Ah, der Kill war nicht für mich. Bah, ich bin am schwitzen irgendwie schrecklich. Schwyz. Am linken Ohrläppchen. Mann. Warum meckerst du? Ich habe keine Gegner sehen. Bitteschön. Ich glaube, dass die Waffe schwach sind ist, weil... Ja, nee, muss nicht sein. Weil da steht ja auf kurzer Distanz, steht dort. Das kann... Gerade bei der Map hier ist, ähm, nicht so gut. Das ist die Instanz nicht so besonders, das stimmt. Bim, 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 bim. Ich gehe mal noch nach. Bim, bitte, bim, bim. Kennst du das? Wir müssen das Blatt wenden. Ach, komm, ich habe draufgeschossen und, äh, ich fall um. Ja, das war's. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Komm, was ist denn? Ich habe doch geschossen. Ich glaube, die Waffe, da ist, glaube ich, muss ich echt zugeben. Da war meine... Schwerer Blaster. Da war der ein bisschen netter. Ui. Hallo? Jetzt hat er mich gefickt gerade. Was? Wieso? Dreckige Schweine. Kriegen sie den Onkel durch? Glaubt nicht. Mhm. Wir sind von Schweinen umgeben. Nächstes Stück. Mhm. Oh, der hat mich gerade Panzerfaust divisiert. Übelst, ey. Ich kriege hier schon wieder ordentlich auf die Schmacks... ...auf die Facelifting hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Dum, dum. Okay. Sammeln wir aber wieder ein hier. Was gibt's hier? Okay. Einfach mal hinlegen. Oh, 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 oh. Toll. Heilen. Ach, kacke, Mann. Die sehen auch alles, ey. Das gibt's gar nicht. Die riechen mich förmlich, wenn ich hier langlaufe, ah. Da ist er wieder, bumm, kriege er auf die Fresse. Kann man nicht mal in Ruhe campen hier. Oh, ich soll grad sagen, ich soll das jetzt alles ein bisschen gemütlicher angehen, hier. Und nicht mehr so dieses, ich glaube, das ist gemütlich. Für mich, Altmann, besser. Oh, jetzt seh ich das Arschding nicht, wegen dem Ding hier. Ja, will ich auch hoffen, dass wir die Schlacht unter Kontrolle haben. Obwohl ich eher so... Ach, das gibt's doch gar nicht. Alter, ich schieße auf den Trauer, wenn der passiert nicht. Oh, hinter mir. Mann, Gamer Girl, hallo. Sieg von der Gamer Girl. Das sind die ganz gefährlichen Girls, sind das. Die Gamer Girls. Boah, ich krieg hier ordentlich auf die Schmecke. Ha, 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 ja. Double Kill, wenigstens etwas. Wenigstens einmal was Gutes hier. Dann rennen die alle in den Gebäuden noch. Ja, die rennen überall rum. In den Gebäuden, aus dem Gebäude. Ne, draußen hab ich gar kein gesehen, ich bin grad draußen lang gelaufen. Ach, komm, komm wieder, komm. Mann, der Penner, ey. Ganz hinten war einer. Am Arsch der Welt. Kann halt wahr sein. Achtung, Onkel, da sind welche drin. Bewerfen. Deswegen geh ich da rein. Deswegen geh ich da rein. Wir haben die Oberhand. Oh, oh, geh weg, geh weg. Okay. Die Sniperi. Oh, gegen das Geländer geschossen. So viel Glück musst du erst mal haben, dass du genau das Geländer berührst und nicht den Kopf von den Typen. Wahnsinn, ehrlich. Ja, meine Granate hat ihn gekillt, schön. Oh, ich bin wieder bei der Wano, da kämmt ihr auch wieder rum? Ja, ich hab ihn gekämmt. Ich hab ihn gekämmt, die Haare hab ich ihn gemacht. Komm, steh, flüfft weiter rum, hier. Das ist ja Wahnsinn, scheiß Camper, Alter. Nee, ich schieß grad gegen welche. Hallo. Ach, du. Wie ich. Schieß grad gegen welche scheiß Camper. Ich käme überhaupt nichts. Das war positionierter Schlachtfeldplatz, wo ich gesniped habe. Klubst du auch noch selber, war? Hm? Klubst du auch noch selber? Was? Nochmal, bitte. Klar, glaub ich, das. Das war ja auch so. Oh, meine Granate hat grad eingekillt. Das war ja jetzt gerade, äh, ne ganz nette Sache. Ach, komm! Boogieman! Wer sich schon so nennt, ist schon kein Boogieman. Hört gleich auch zum Boogieman. Mann. Oh. Hinter uns, hinter uns, hinter uns. Oh Gott. Gut gemacht, Onkel. Hast du voll gut gemacht. Ah, Mama, Mama, Kamana. Ja, trotzdem ist die Waffe etwas, äh, ja, gewinnungsbedürftig. Oh, 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 Mann! Nicht mal in Ruhe darf man hier snipen, ohne dass man hier genervt wird. Ist ja Wahnsinn. Wollte jetzt gerade ordentlich den weg snipen. Ihr habt's gesehen, ich hatte ihn schon anvisiert. Ich hab schon meine Glückspfeife angemacht. Und dann hat er mir abgebottert. Also, falls hier jemand in die Tür reingeht, kriegt der ordentlich auf die Fresse. Ach, komm. Ah, ist meiner. Gut. Das ist gut. Aua. Mein Gott, was ist da falsch zu verstehen? Ja, warum hast du schon wieder Aua? Warum nicht? Du sollst austeilen, nicht sterben. Das ist mit dieser Waffe hier gar nicht so einfach, weil du da auf Gegner in deiner Nähe warten musst. Dann ist ja gut. Ja, ich habe einen Druiden hingestellt. Soll ich nicht mit dem vergnügen. Du weißt ja, auch ein netter Druide kann entzücken. Auch ein netter Druide kann entzücken. Es sind nur noch 276 komische Clowns am Leben. Noch. Oh, ich räume gerade auf. Ohne Witz. Ja! Das war mein Kill. Drei Stück. Woh, Butterfly Man. Wer? Einmal bitte refreshen. Einmal bitte ein neues Teil. Ah, Sieg. Geil. Da habe ich nochmal aufgeholt. 11, 10. Jawoll. Jawoll. Wenn du nicht bin, die Waffe wechsle ich mal schnell wieder. Oklis. Oklis ganz unten. Macht nichts. Eins schaffen wir noch, oder? Wir sind noch unter der Zeit der Zeit. Ja, eins noch. Oklis. Oh, Gamergirl ist mit dabei. Meiste Kill-Assistenz. Das ist also eine super gute. Kann man sagen, sie hat sich angeschossen und die anderen haben sie gekillt. 301 Credits. 310 Credits. Hm? Was wolltest du sagen? Spricht dich aus. Ja, du. Dich habe ich nicht verstanden. Was möchtest du denn wissen? Dich habe ich nicht verstanden. Ist doch etwas falsch zu verstehen. So. Ich habe gesagt, dass wir gut waren. Oh, Wahnsinn. Das hast du überhaupt nicht getan. Ok, es geht weiter, Ongeleines. Es kommt wieder die Map hier. Die Hardcore-Map, wo du so gelost hast. Vielleicht wirst du jetzt besser. Weil du weißt ja, was dich erwartet auf dieser Map. Auf dieser Mappe. So. Besiege den Feind. Das ist ja gar nicht mal so einfach. Wo ist Rewano? Nirgendwo. Ja, doch. Ich bin schon da. Ich stehe dich. Da hinten bist du. Der mit der Glatze. Der Schwarze bist du. Ach da. Hallo. Der Schwarze mit der Glatze. Da. Also. Ich finde das so inspirierend. Ich finde das so inspirierend. Ich mach die ganze Situation, Mann. Ok, es geht los. Party-People in the house say yeah. Yeah. Party-Pöbel. Party-Pöbel. Oh, das geht's doch gar nicht. Geht's schon los hier, die Action. So. Einen am Arsch. Oh, ich bin tot. Ah, nein. Zwei am Arsch. Ich will nicht. Geh bitte. Donner, Hagel. Ach, verdammt. Blitz. Ich muss hier mal grad voll orientierungslos sein. Oh, die stehen da oben. Ach Gott. Yo. Diese Dreck. Die wissen alle, was man da oben hoch kann. Das ist der Sniper-Ort Deluxe hier. Get sniped, dude. Ich renne hier grad in der Wallachai rum und stelle mir vor. Hier ist der Wehr. Ja, ich hab einen da runter gesniped von da oben. So mag ich das. Hey, hey. Meiner. Wir sind ja ein Team. Und laufen, denk dran. Dann sind wir nicht erkannt. Alter, ziel nicht so hoch, Mann. Ich krieg ja nur Assistenten, ey. Ich bin doch kein Assistent, ey. Ach, komm. Ah, verdammt. Leider war das nix. Okay, ich hol mir so einen Radarschnüssel hier. Ich werfe mal eine Granate dahin. Oh, 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 oh. Haha. Boah, ich seh nichts. Gar nicht. Ich verstehe den Nebel. Ich weiß, dass hier ein Gegner war. Oh, oh, hinter mir. Haha, boah. Das war ja mal, ey. Das war ja mal, das war ja mal voll cool. Oh nein, sorry. Ich hab auch meine eigenen Leute Granate geworfen. Manchmal vertue ich mich, wenn die dann so um die Ecke stürmen, dann sehen die echt immer so aus, als wenn die mich töten wollen. Ach, komm, ich hab auch geschossen. Schei, bitte nicht so, Mann. Ja, Entschuldigung, aber ich hab auch geschossen. Und da fällt ich fall, ne, und ich fall um. Da rast die aus bei sowas. Ja, da rast es voll aus. Einen halben Herzenfakt. Einen halben Herzen. Ey, der Onkel ist schon wieder erster. Was ist mit dir los, ey? Ja, ne, du hast mir den entscheidenden Typ gegeben. Und was es lag. Macht mir jetzt auch schon deutlich mehr Spaß, muss ich sagen. Ja, das muss ich sagen. Gut, ey. Da hauen wir echt gut raus. Ich meine, ich töte ja auch gut. Aber zusammen ist ja natürlich eine geile Kombination. Da war doch gerade so einer, oder? Da hinten ist der. Ah, Achtung! Oh, da ist die ganze Familie von denen. Gamer Girl wieder. Alter, Gamer Girl, was ist los mit dir? Alte Zockerbrau, die rastet voll aus. Oh, O.B. ist der Beste oder Zockerbrau da. Die Beine, ey, die hauen mich hier voll aus dem Leben. Die sehnen sich nach mir, mich abzuknallen. Ja, ja. Ha! Ich hab die... Irgendjemanden hab ich gerade umgenlockt mit einem Knüppel. Ich steh auch unter schweren Beschuss. Diese sinnlosen Vögel, die da auf dem Flugzeug draufstehen, das ist doch so Schwachsinn. Ja. Drei Stück. Jetzt... Jetzt kriegt mir einer eine Schussbahn, ey! Oh, Gott, ich steh dich auch noch nicht mal, ey. Das ist viel schlimmer. Kriegt mir hier einer ein, die ein Schuss fällt. Das gibt's doch gar nicht. Kannst die Granate? Doch, die kommt bis da hoch. Werfen Granate! Mann! Ja, danke, dass du noch gekillt hast. Es gab noch einen kritischen Assistenten-Punkt. Ich hab niemanden gekillt. Ja, du nicht, aber irgendeiner von... Unseren Leuten. So. Ach, komm schon. Der Feind ist in der Überzahl. Und das finde ich nicht so prall. 14-0-4-Name-Nate-Found. Mhm. Ach, komm, töte den! Ja. Mann. Ich hab schon gedacht, ich muss singen hier, um den zu töten. Hä, wir sind doch am Führen. Was labern die denn? Ha! Oh Gott, jetzt hat der Marshmallow-Man hat mich voll erschreckt. Ich hab mich quasi zu Tode erschreckt. Zu schreckt, zu schreckt, zu schreckt, zu schreckt. Uah! Hallo, ich bin's. Wer ist noch hier? Alter, nicht mal die Granate tötet den. Mann, was ist denn das für einer? Onkel hat wieder gekillt. Meinen. Oh ja. Na, deinen. Die tat ich grad anwesiert, dann seh' ich nur noch Onkel. Da lag er. Ja, den. Da ist da oben rüber geflogen, über mich drüber, äh, vorne rüber. Ja, hab' gesehen. Ja, ja, ich labere. Wie Batman. Ich weiß nicht, wie weit der Batman fliegt, aber okay. War Batman. Was hast du denn jetzt schon wieder gegen Batman? Ich hab' nichts gegen Batman. Ah, du Sack, ich hab' dich doch geseh'n! Moriarty, alte Sau. Wenn ich mit dem fertig bin, singe ich... Oh nein, oh, oh, geh weg. Nein, ich hab' dir nichts getan. Ich, Freund, du Feind. Wir haben es fast geschafft, aber nur fast. Mann ist am Boden. Ach, komm, Gamer Girl. Ey, das gibt's gar nicht. Die hat nur noch wieder 28 Leben. Ich hab' zweimal getroffen. Und die macht einen Schuss und dann seh' ich nur meinen Kadaver wegflügen. Fliegen. Flügen. Flügen. Er pflückt durch die Welt. Der Onkel ist mein Held. Bis in die Zeit. Bist du wunderbar dabei. Bam! So mag ich das. Das stoppte. Wenn die zerplatzen. Wenn die zerplatzen förmlich. Oh. Sieg! Ja, gut. Neun Kills. Neunmal gestorben. Ist auf jeden Fall eine nette Ausbeutung. Onkel war fast erster. Doch durch göttliche Fügung leider nur Zweiter geworden. Ich glaube, ich stehe schon wieder mit in der Liste. Was stehst du? Ne, doch nicht. Ne, jetzt übertreiben wir nicht. Die anderen waren leicht ein bisschen übelst. Gamer Girl war aber schon wieder mit dabei. Wahnsinn. Ich war von den ganzen Punkten eigentlich. Ja, du warst nicht schlecht. Also wir waren, ich hab 280 Krönen. Naja. Ja, dann würde ich sagen, Onkel Ben, mal den Part. Oder war ich dran? Ich hab das schon wieder vergessen. Ich war dran, ne? Mhm. Ja, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Wieder ein richtig geiler Tag gewesen hier mit Gefecht. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das nächste Mal machen wir was anderes. Juhu. Was? Das nächste Mal machen wir was anderes. Das nächste Mal geht's weiter. Ja, und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das nächste Mal machen wir was anderes. Nix, da geht's weiter. Ja, dann machen wir was anderes. Und es geht weiter, das Spiel. Achso, ja. Das ist richtig. Ich denke, Fracht. Ich weiß es nicht auswendig. Wir werden's sehen. Bis dann. Euer Rivano. Ciao. Und Onkel. Ja, dankeschön. Und Rivano. Ciao. Ciao.